Der zweite Teil der Videoreihe zum Bau der H0-Abstellung mit Betriebshof beschäftigt sich mit dem Gleisaufbau und der Elektrik. Zunächst gibt es eine Ergänzung zu dem bereits im ersten Teil dargestellten Gleisplan. Bei nochmaligem Überdenken wurde klar, dass zwar für Loks ausreichende Möglichkeiten zum Rangieren und zur Abstellung bestehen, Trieb- oder bespannte Züge aber nicht berücksichtigt waren. Diese Situation lässt sich aber durch einige einfache Änderungen verbessern. Durch Einfügen einer Weiche in die eigentlich vorgesehene Strecke in die untere Ebene entsteht in der Zu- bzw. Ausfahrt ein Ausweichgleis. Auf den sowieso zurückgestellten Bau eines Schattenbereichs wird damit zunächst verzichtet. Ein zweites Ausweichgleis kann durch zwei Bogenweichen am linken Rand ergänzt werden. Die wichtigste Änderung ist die Ergänzung einer Kehrschleife, die das Durchfahren des kompletten Moduls ermöglicht. Hierzu werden die markierten Kreuzungen und Weichen ergänzt. Die Kosten für die zusätzlichen Gleise sind dabei überschaubar und betragen gerade mal 100 Euro. Damit ergeben sich deutlich verbesserte Möglichkeiten zur Nutzung des Moduls auch mit kleineren Zügen. Da das Thema Stromversorgung oft sehr individuell gelöst ist, möchte ich hier nur kurz auf die von mir gewählte Lösung eingehen. Zur Steuerung über den PC nutze ich die CC-Schnitte des Scan-Digitalbahn-Projekts in Kombination mit der Gleisbox von Märklin. Der zunächst relativ einfache Aufbau wird nun durch den Booster für das zusätzliche Modul komplexer. Die neu hinzugekommenen Komponenten sind in der Grafik rot gekennzeichnet. Das Überfahren der Trennstelle zwischen den Modulen ist dabei unproblematisch möglich. Hier zu sehen ist der Testaufbau. Da die Gleisplanungssoftware SCARM einen 1 zu 1 Ausdruck anbietet, soll dieser nun auch zum Gleisaufbau genutzt werden. Die gute Nachricht ist, es passt alles auf die Platte. Bevor aber mit dem Verlegen der Gleise begonnen werden kann, muss zunächst das Thema Belegmeldung behandelt werden. Um einen automatischen oder halbautomatischen Betrieb zu ermöglichen, sind Blockabschnitte mit entsprechender Rückmeldung erforderlich. Für die Belegmeldung nutze ich ein von der Digitalspannung unabhängiges System mit S88 Rückmeldedecodern. Die Anbindung an den PC und die Steuersoftware WinDigipad erfolgt über die Intellibox Basic von Uhlenbrock. Auf diese Weise können bis zu 31 Module mit jeweils 16 Rückmeldekontakten eingebunden werden. Als Decoder nutze ich die S88 Module von IEK ohne den in Foren berichteten Lichtorgel-Effekt zu beobachten. Eine einzelne Rückmeldung kostet dabei weniger als 1,90 Euro. Um beim Märklin C-Gleis die Rückmeldung zu realisieren, sind kleinere Anpassungen erforderlich. Die normalerweise bestehende elektrische Verbindung zwischen den beiden Schienenprofilen muss aufgetrennt werden. Da bei Wechselstromradsätzen eine elektrische Verbindung zwischen den Rädern über die Achse besteht, kann dies für die Generierung der Rückmeldung genutzt werden. Beim Überfahren des Gleisabschnitts wird der aufgetrennte Kontakt wieder geschlossen, sodass über eine Verbindung des isolierten Schienenprofils mit dem Rückmeldemodul eine Belegmeldung realisiert werden kann. Hier nun die erforderlichen Schritte als kleine Filmsequenz. An allen Gleisstücken außer den Weichen wird die Verbindungslasche zwischen den beiden Schienenprofilen unterhalb der Gleisstücke an beiden Gleisenden aufgetrennt. Anschließend wird die Lasche nach unten weggebogen. Hier das Ergebnis. An eines der beiden Gleisprofile wird nun das Verbindungskabel zum Rückmeldemodul angelötet. Der entsprechende Steckkontakt wird durch die Märklin Kunststoffhülsen isoliert. Dies erfolgt jeweils an den beiden Enden eines Blockabschnitts, hier im Beispiel gezeigt an einem einzelnen Gleis. Für das gesamte Modul wurden im Steuerprogramm 46 Blockabschnitte angelegt, deren Belegung durch eine Rotfärbung angezeigt wird. Bevor der Gleisaufbau, wie hier dargestellt, abgeschlossen werden kann, müssen zunächst noch die Weichen präpariert werden. Da die Weichen bei der Ausgestaltung der Anlage komplett in den Untergrund integriert werden, müssen sie betriebssicher gemacht werden. Ein späterer Ausbau ist nur schwer möglich. Aufgrund leidvoller Erfahrungen beim Modul-Kleiningen sind die Weichenantriebe dabei ein Schwachpunkt. Das Problem sind die Endabschalter, die ein Durchbrennen der Weichenantriebe verhindern sollen. Daher überbrücke ich bei allen Weichenantrieben die Mikroschalter mit einem Drahtstück. Da die Weichen nicht manuell, sondern digital geschaltet werden, ist eine Beschädigung ausgeschlossen. Der Schaltimpuls des verwendeten Decoders beträgt 0,064 Sekunden und ein erneutes Betätigen ist erst nach 500 Millisekunden möglich. Hier nun ein Blick auf die praktische Umsetzung. Nach dem Abnehmen des Gehäusedeckels und dem Abziehen des Isolierbandes werden die Mikroschalter sichtbar. Ein kleines Drahtstück wird komplett über alle Kontakte verlötet. Dies erfolgt bei beiden Mikroschaltern. So oder ähnlich sollte das Ergebnis aussehen. Um ein einwandfreies Funktionieren der Mechanik sicherzustellen, empfiehlt sich die Verwendung von Öl an allen beweglichen Stellen. Der Funktionstest fällt positiv aus. Beim für mich etwas friemeligen Einbau der Weichenlaternen ist auf die Ausrichtung des Signalbilds zu achten. Für die Schaltung der Weichen setze ich den Universaldecoder WD10 von Kühn ein. Neben dem Anschluss der Digitalspannung gibt es separate Kontakte für den Anschluss einer Stromquelle für die Verbraucher, hier also die elektromagnetischen Antriebe der Weichen. Damit kann wertvoller Digitalstrom gespart werden. Pro Decoder können 8 Weichen geschaltet werden. Die Kosten für die Digitalisierung von 8 Weichen sind damit genauso hoch wie ein einzelner Einbaudecoder von Märklin. Damit der Verkabelungsaufwand gering gehalten werden kann, werden die Decoder dezentral verteilt. So können die meisten Weichen ohne eine Verlängerung der Kabel direkt an den Decoder angeschlossen werden. Hier ein Blick unter die Platte. Da das Thema Schiebebühne deutlich aufwendiger war als gedacht, gibt es hierzu auch noch ein separates Video. Der Link ist als Infokarte eingefügt. Verwendet wird die Märklin Schiebebühne 72941, die eine manuelle Steuerbox enthält. Zur Bedienung über das Steuerprogramm WinDigipad soll die Schiebebühne digitalisiert werden. Hier eine schematische Darstellung der Beschaltung im Ausgangszustand. Die Details hierzu werden in dem bereits genannten Video Märklin Schiebebühne Digitalisierung vertieft. Dabei wird zunächst die Motorsteuerung über einen digitalen Schaltdecoder realisiert. Der zweite Teil behandelt die Belegmeldung der Schiebebühne. Hierzu ist ein kleiner Eingriff unterhalb des Schlittens erforderlich. Im Ergebnis ist ein halbautomatischer oder automatischer Fahrbetrieb möglich. Auf YouTube gibt es auch Umbau-Videos für drei getrennte Blockabschnitte auf dem Schlitten, was aus meiner Sicht allerdings nicht erforderlich ist. Über die Funktion intelligentes Zugnummernfeld lässt sich in WinDigipad auch ein einzelner Abschnitt sinnvoll unterteilen. Im Zusammenspiel mit den Informationen der Fahrstraße zu Haltepunkt und Geschwindigkeiten lässt sich der Rangierbetrieb ausreichend gestalten. Damit ist ein großer Teil des Elektrikaufbaus bereits erledigt. In einem späteren Teil werden noch die Themen Beleuchtung und Signale behandelt. Bislang sind für die gezeigten Elektronikbauteile knapp 500 Euro Kosten entstanden. Dabei entfällt der größte Teil mit über 300 Euro auf die Stromversorgung. Das nächste Video wird sich aber zunächst dem Modellbau und der Anlagengestaltung widmen. Auch die Prellblöcke sollen umgestaltet werden. Ich hoffe, das Video war wieder Informativen. Bis dahin.